Hey zusammen, willkommen zurück zu Megaman 5. Wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ah, jetzt geht's. Ah, genau. Ich hatte noch nicht ans Bild reingeklickt. So, weißt du was? Leck mich einfach am Arsch. Ich verpiss mich jetzt hier. Warum sind hier so viele von denen? Warte mal, Sekunde. Ich nehme den Beat wieder und... Oh, ja klar! Oh, danke. So ist das geil. Komm, ja! Machst du alle platt! Guck mal, jetzt droppt HP, obwohl ich keine mehr brauche. Das finde ich ein bisschen fes. Aber egal. Warte mal, wo bin ich denn hier? Nehme mal wieder die Booster-Attacke. Oh, fuck. Okay, dann gehe ich nach oben. Allerdings könnte man die da runterholen. Ist mir gerade mal eingefallen. Lol. Doppelt gedroppt. So, wieder mit dem schlechten Hund hier. Tipptopp. Standardwaffe. Sollte vielleicht mal meine Teile später aufladen. Auch die wieder. Ihr kommt, ihr kommt, ihr kleinen Motten. Komm, komm, yeah! Oh nein, das kann was werden. Wow, wie unglaublich schwer. Aber das kann ja noch werden. Das war vielleicht nur so eine kleine Instruktion. Wie damit den Plattformen funktioniert oder auch nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Hier, komm. Äh! Wie viel hält der denn aus? Ah. Nein. Alter, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Komm. Nein. Oh. Holy moly. That was close. That was close. Schnell! Lol. Noch ein Leben. Jetzt haben wir, glaube ich, sieben. Sieben. Nice. Obwohl ich eher auf Boss, äh, auf Boss, auf, äh, Energy Tank stehe. Aha. Hier muss ich, glaube ich, fliegen. Ma. Komm, komm, ja, ich hab's geschafft. Hier können wir auch fliegen. Mal gucken, ob ich das gleich bereuen werde. Ach, du Kacke. Oh, Energy Tank. Ach, du Kacke. Ja, nice. Cool. Fuck, 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 fuck. Okay, ich bleib hier. Ich bleib hier, oder? Nee, ich flieg. Ich bleib mich am Arsch. Ich schaff das auch so. Oh, oh. Alter. Wenn das nicht ein Fehler... Nice. Ich schaff's. Aha. Oh. Äh. Äh. Ich weiß überhaupt nicht, was gegen den, was war denn gegen den nochmal? Och, nee. Okay. Ich hab' ne Idee. Ahaha. Tschüss. Das war, glaube ich, die beste Methode online. Tschüss. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hab'n, ich hab'n besiegt. Sollte ich mir vielleicht mal merken, dass er das nicht mag. Komm, komm. Noch'n Leben. Ah, cool. Noch'n Leben. Leute, ich cheate nicht. Ja, genau. Ja, genau. Treff' mich. Komm, noch'n Leben. Schade. Oh, ein Energy Tank. Kanälen. Stimmt, oder? Okay, warte. Ich hab'ne Idee. Ich hab'ne Idee. Aha. In den Arsch rein. Mit der Rasierklingel. Geil. Nehmen wir den Jets. Und den vielleicht brauchen wir den noch. Ach, scheiß drauf. Oh, das könnte knapp werden. Na, das sollte ich vielleicht lassen. Ja, komm. Weg hier. Dann nehmen wir einfach den Booster. Wow, what the fuck. Der hätte mich fast runtergekriegt. Ah. Und Ziel erreicht. Auch wenn ich halb tot bin. Aber egal. Oh, nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Der hat ja voll viele verschiedene Attacken. Aber gefällt mir der Boss. Was macht der denn? Oh, LOL. Hallo. Ich würd gern weggehen. What the fuck? Da erstarrt mich das. Nein. Oh, 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 oh. Komm, noch einmal. Nein. Alter. Nein. Oh, wie knapp. Ahaha. Der hat noch einen Strich. Wow. Nice. Richtig nice. Oh, komm. Nein. Lol. Ja, ich glaub, der muss ein Treffen, dass man wieder frei kommt. Nein. Oh, shit. Okay. Ich darfst ein bisschen weiter weggehen. Ah, fuck. Da hätt ich gar nicht ausweichen können. Leck mich doch. Ja, jak. Lol. Wie unfair war der denn? Ich bin tot. Ich bin, ich kann noch nicht mal, ich konnte noch nicht mal Pause drücken. Was ein dreckiger Bastard. Ich hätte ihn gerade besiegen können. Nur noch einen Schuss. Ich, ich glaub, ich spamm das nächste Mal einfach ganz dumm. Wenn ich, äh, wenn da nur noch so wenig fehlt. Oh, nice. Sei richtig schlau. Ja. Ich bin heute ja richtig gut. Konzentration. Ja, so kann ich doch nicht. Ah, okay. Er hat doch nicht die andere Attacke gemacht. What the fuck? Warum macht er denn jetzt nur noch das? Was ist denn los mit dir? Ah. Ja, klar. Komm, treff mich. Ich konnte gar nicht ausweichen. Schnell, schnell. Ach so. Seine HP ist das. Okay. Nein. Alter, ich bin doch so ein Schmock. Ja. Ja. Wisst ihr, ich habe es einfach nicht eingesehen. Dafür nur ein Energy Tank rauszuhauen. Yeah, cool. Ich hab's geschafft. Wir kommen der Antenne immer näher. Pow. Ach, der ist sogar in der Antenne. Lol. Da lädt sich da bestimmt die ganze Zeit Pornos runter. Ach, das kann man zerstören. Ach, ups, da stirbt man ja dann direkt. Was ist das denn, ey? Ohne Vorwarnung. Okay. Muss anscheinend alles fallen. Boah, Alter. Das ist ein knapper Scheiß. Äh. Ah, so geht's. Okay. Gut, dass ich das schnell gerallt hab. Alter Falter. Jetzt wird's aber ganz schön eng. Durchgefluppt. Hä? Jetzt schon? Okay, was ist denn deine Weakness? Hä? Ich kann nix machen. Ja. Klar. Mit einem Schuss. Hä? What the fuck, man? Ja. Okay, es war ein... Hahaha, klar. Es war ein einziger Fake. Oh, nö. Der... Nein. Wie soll ich da denn ausweichen? Ah, so. Ah, haha. Energy Tank. Was könnte man denn nehmen bei dem? Ich glaube... Ich meine, das gelesen zu haben. Ich hab nämlich grad mal kurz reingeguckt. Aber das war voll die komplizierte Seite. Und nur bei einem war es relativ... Sinnvoll. Und ich glaube, das war der. Oder war das der Endboss, der dagegen irgendwie nur Weakness hatte. Ich weiß das nicht. Aber der ist sehr stark, wie man sieht. Ja, klar. Was soll das denn? Wieso macht man... Das denn bitte? Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich bei dem Boss wieder. Okay. Ich bin wieder da. Alter, was soll ich denn dagegen machen? Ah, haha. Was... Oh, was ist das denn, ey? Vor allem gar nicht unfair. Ja, klar. Dann leckt's noch. Also, das Spiel hasst mich, glaube ich. Nice. Nice. So geht's. Ah, fuck. Folgt nicht, shit, nigga. Energy Tank. Schnell. Das müssen wir schaffen, Leute. Das müssen wir schaffen. Oh, fuck. Ganz vergessen. Ah, haha. Nö, 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 nö. Komm. Alter. Ah, haha. Ich dachte schon, er schafft's noch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So ist das sexy. Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass du es bis hierher schaffen würdest. Oh, nein. Nicht schon wieder die Nervensäge. Bis jetzt konnte ich die Kopie von Proto-Man für meine Pläne missbrauchen. Aber du hast alles vereitelt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich warte jetzt erstmal. Das ist mir zu doof. Ich habe Dr. Light. Komm, wenn du dich traust. Ha, 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 ha. Cool, die Nervengeräusche wie sonst. Mit den Augenbrauen wackeln und dann wieder zu. So geil. Oh, nein. Eine weitere Stage werde damit gerechnet. Und der hat dann auch noch viel größere. Ah, ne, das ist dieselbe, oder? Sollte ich die selber Antenne? Ach, keine Ahnung. Ich popp mich ja hier sowieso die ganze Zeit rum. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part, Fanhead, wenn ihr diesen hier eben noch bewerten könntet. Bis morgen um 16 Uhr. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.